Als Zahnarzt zähle ich leider nicht zu den Personen, die die Menschen gerne besuchen. Wir alle kennen das aus unserem Alltag. Probleme im Zahnbereich sind unschön. Viele Praxen oftmals wenig einladend und dann dieser typisch sterile, nennen wir es Krankenhausgeruch. Schlechte Luft kann viele Ursachen haben. All diese Ursachen sind schädlich für ihre Gesundheit. All dem versuche ich vorzubeugen, um meinen Patienten ein gutes Gefühl zu geben. Helle freundliche Räume, ein Lächeln, Händchen halten und ein simpler Knopfdruck bewirken oft Wunder. Alco hat im Bereich der Lufttechnik ein innovatives Produkt zur Verbesserung der Raumluftqualität entwickelt. PURE – der Luftentkeimer. Entgegen herkömmlicher Produkte werden Viren, Bakterien, Schimmelspuren sowie schädliche Ausdünstungen durch die patentierte Plasmatechnologie zerstört und die Raumluft in einem 5-Stufen-System zu 99,98% entkeimt. Die verschmutzte Luft wird angesaugt und grobe Partikel bleiben bereits im Vorfilter zurück. Ein kräftiger, aber flüsterleiser Ventilator befördert die angesaugte Luft in die Plasmamodule. Dort werden Kleinstpartikel wie Viren, Feinstaub, Sporen und andere schädliche Ausdünstungen zerstört. Zu guter Letzt beseitigt eine 3-Stufen-Filterpatrone noch allerlei Gerüche und die restlichen verbliebenen Schadstoffe. Das Ergebnis eine keimfreie, nicht ionisierte und ozonfreie Luft. Sorglos durchatmen und jeden Tag genießen. Öl. Alko. Quality for Life